Ja, ich würde mal schauen was passiert, wenn wir alle in einem Spiel spielen. Ich muss mich mal in meinen eigenen Klub einladen. Schau die Hammer, die Hammer. Nein, 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 ich weiß nicht. Ich suche die Gank, oder? Ich bin halt im Early echt gespracht, das meint man. Ich habe ja naht, wie du so ein Skin hast, so eine Sache. Ja, nein, ein bisschen zu bleiben. Geht los! Also unten da, nicht unten da. Ja. War gut, war gut, war gut. Ich kann mitlehnen, ist zu flaschen, ist zu lowlight. Okay. Lass mich. Aber Xayah macht damage, ehrlich. Wir sind ehrlich schwacher, als wir sind weggeblatt. Ich eigentlich nicht, kommt bevor, aber Xayah ist steuer, oder? Xayah federn, bis wir die ganze Zeit aufbeißen. Wir brauchen einen Wart im Busch nochmal, sonst wäre es nicht besser. Ja, wir haben einen Wart noch, sorry. Wir brauchen einen Wart noch, weil wir es weiter pusschen können. Ja, was war denn mit dem Busch nochmal? Das war gut. Das war gut. War gut, ja. Das hat mein Wart jetzt so unterhängig. Also Reflex, oder? Komm, ey. Ich kann die China holen, wenn du willst. Ah, ich habe echt Angst vor dem Gegner. Wow, die Schatz sehen die Federn jetzt da. Ja, abgehoben. Ah, gut Job Franzi. Sie hat ja auch eine Dacke, wo sie dir direkt ein paar mehr Federn gleich hinbaut. Das ist das gefährliche. Ich kann es gerade Counter-Jungle-Warrior. Ist er angekommen? Erst Topside geht jetzt, die Krabbe nur hin. Bitte schön, dass alles gut ist. Stimmt auch wieder. Nein, machen wir. Stopp, stopp, stopp. Ich habe keine Dacke. Damage lassen auch. Oh mein Gott, jetzt ist es geil, warte. Boom, warte. Warte, ich mache jetzt einen Camp unten, komm ich. Ja, wäre geil. Ja, ich habe jetzt nicht verstanden, dass ich da bin. Ich muss doch nicht auf den Frankowitschportel. Keine Ahnung. Hat sich gerade angeboten. Sonst wäre es jetzt unter Dauer gewesen. Stimmt. Und die Scheine wäre wieder da gewesen, ja? Ja. So gut. War auch der CMY auch für Krux, oder? Ja, ist ehrlich. Guck, ich habe gerne die guten Stiefel. Gut ist. Ich bin da. Guck, die Stiefel sind wieder da. Ich muss zurück, oder? Das wichtigste ist, das ganze Game sind die Stiefel und das Taxi, oder? Ja. Chana hat ihr ganzes Early verloren jetzt. Weil eigentlich ist das ein Bokja, in meiner Meinung nach. Ja. Ich spiele Defensive Alyx. Und Warz. Was denn da du hast? Aber ich komme mit dem Red. Das klingt jetzt fisch. Jax, oh, ist das Jungle, oder witzig? Mhm. Der da springt gerade eines Alarm. Wir sollten aber glaube ich sogar fast Chana fokussen. Okay. Ja, was denn? Der kann nicht so weit springen, oder so. Keine Ahnung. Obwohl sie ihre Schuld hat. Eigentlich. Sollen wir weiter herkommen, die Boys. Sagen sie, ich habe das Farm kriegen, ist gut. So, da will ich bei Farmen kommen, das gefällt mir nicht. Den machen wir das Video schon. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? The Mist washing machine? Ich hab' den RTP nicht in meiner Reiterung. So. Was ist das denn los? Es war' ich? Ich hab' den RTP nicht in der Reiterung. Ich hab nicht auf dein Minion zugelegt Wie viele Leben hat Jacks gehabt? Lauf, Lauf Guck mal, sie ist Laird 4 noch, die Jänner Machen wir gleich in der Reihe, aber dann pushen wir Eichs schlägt auf, dass die was erinnert ist Fett Guck mal zu hoch, weg Guck mal zu hoch Anze, wir move'n, geht rein Jacks, 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 Jacks Geh um, geh um, geh um Oh, warte Ist das Warte oder nicht Warte aufstehen? Ja, weh Die Ulti, Gucki Was ist das Warte? Ne Ulti, kann ich's nochmal haben? Ich hab's nochmal Sie hab'n geflasht Gehen wir 3, gehen wir 3, oder? 3, 3, Philipp Ich hab'n Smite 4, 0, 4, 0, Kronus Ich kann nicht sagen, dass du'n Smite hast Haben sie gegnern uns eingeladen g'sen? Sie haben uns nicht Was werden, warte, du um? Schicht, kann safe, mit Ulti Wahrscheinlich Nation Level 6 ist, ja Na, ich sage ja Ich sage ja, was ist das? Wir kommen, wir kommen Boah Was ist das Warte? Was ist das Warte? Was ist das Warte? Die hat Ulti weg von den Schwedern Warte von den Schwedern Alles Warte Ich hab'n schüttel Ich hab'n Mana eigentlich Eigentlich bin ich nicht einig Aber warum, warum, warum Ich bin weg, ich bin weg Ich bin weg, ich bin weg Ich hab'n ulti mehr und so, aber ich sollte nicht einigen Weg Ich hab'n gut Ich hab'n aus Ich hab' das singe Der juckt es gar nicht. Da ist noch einer! Ich bin aus Udi! Da! Der Sender! Ab und KS! Ab und KS vom Sob! So wie man es gerne hat, oder? Der hat doch gefogst! Jetzt schaut es auf die Stats vom Doppler! Wenn ihr Steilung 6 flexen könnt, guck ich will hier flexen auch! Ihr solltet nicht im Dauer bleiben, wenn er es nicht schafft! Verstehst du nicht? Auch eine Verteidigung! Bist du auch gar nicht? Ja, das war klar! Ich muss den Ball nehmen! Okay! Ich kann schon gerne mit den Fronten! Da ist ein Grappe! Ich weiß! 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 Der ist auf unten! Der kommt da unten! Eben! Okay, Arnie. Naja, war da. Oh, wir gehen auch. Ich bin beide. Ich bin beide. Das ist gut. Ja. Ich bin so verleidigt. Guck, guck. Guck, guck, guck. Weg, weg, weg. Kommen wir zu euch. Wir sind das Jungle Down. Wir sind eine Variante für Eichsen Hoppe. Wir haben keine Gutes mehr. War mal gut. Sehr knapp. Hey, Alex, du musst eigentlich auch mit einem Kill nehmen, oder? Du fasst uns die Portline. Ja, das stimmt. Du hast nichts verhaut. Mhm. Das schauen wir dann an. Ja, Zuki hätte die Killse auch gebrauchen können. Vier Killse, oder? Vier zu gut. Ah, da haben wir aber viele Killse aus. Dem hast du ja keine Sohn. Den machen wir auch mal an, guck. Da sind wir schon drin. Jungs, mach das gar nicht so auf der Portline. Drake ist wichtig. Schau, das ist ja top. Drake jetzt. Ja, Axel ist gut. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Gehen wir, gehen wir. Gehen wir zwei zu gut. Oha! Woah! Gehen wir sogar zwei Mal. Start in vier? Mindestens, oder? Grandmaster? Du, schau mal den ästhetischen Waden, oder? Die Krabbe. 5-0 und 3-0 die Portline, oder? Kaum nicht abgehauen, die Runde. Wir werden trotzdem verlieren, aber um das geht's nicht, gell? Na, ich bin schon froh, dass wir verlieren. Ich denke, doppelt nicht, oder? 3-0 juckt mich nicht, oder? Ich bitte, Franzi, wenn es dauernd drauf geht. Ich kann euch sagen, gell? Wenn die Botlane... Wenn wir unsere Shutdowns verlieren, gell? Dann... Wenn das... Wenn du die Gegend schon gescheuert kriegst, ist das Game Over. Game Over! Okay, Ulti, Ulti, Sizzle auch. Oha, komm, das ist ein bisschen. Hab jetzt nichts, nichts. Werde zu dauern, aber das machen wir nicht. Also, der Kunker hat den Schack noch. Ja, du hättest den Tausch, was ihr denken müsst. Dann wäre es easy gegangen. Eben noch flashe Ziele dann. Hättest du vollen müssen. Na gut. Der auch mal gucken, oder? Daum, daum. Ja. Du staunen. Komm. Komm, wir mit. Das war leider wohl kurz, verstehst? Ja, ja. Aber es reicht doch. Es reicht. Oh mein Gott. Let's run, ich schweizen. Sorry. Ey, die Sea darfst du eigentlich nicht in den Tau verteidigen, das ist toll. Na. In Formel gegen Blitz, äh, Nautilus, der mit level 3 schon dauert. Ja. Ja, unser Bootlane geht nicht nur Bootlane. Ich hab' den Blue. Du, wir könnten Gas geben da einfach. Oder hast du Schiss auf den Gold? Aber ich... Ja, das ist ganz gut. Ja. Ich hab' viele drin. Ich hab' einen Schander bei mir. Die Mauer ist noch nicht. Aber wie, der kommt jetzt auf, jetzt zu mir. Halt. Ja, machst du red? Cool, ich mach' red. Ja, komm' red. Ich muss doppeln. Ja. Scheiße, Philipp, oder? Ich kann das. Ich kann das. Bobby hilft nicht. Dem ist das Viech dank mir. So, Scheri. Jungler vorher gespielt, oder? Ja, du die Federn. Nice. Cardi mit Kumpa. Cardi mit Kumpa. Cardi mit Kumpa. Cardi mit Kumpa ist aber nicht fett. Komm, Arie. Äh. Ja. Komm. Der Maut ist halt schon geiler. Kann ich nicht sagen. Wow, wo du so mega tankig bist. Ja, also wir kommen zu dritt top. 6x6. Los. Was ist die, die ist die Hubschrisch. Hier kommen wir raus, ich hab dir zu danken. Ja, weg, 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 weg! Warte, weg! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte. Yes! Okay, wir können Shutdowns her mit dem Naps. Oh mein Gott, du hast schon sieben ohne den Shutdown. Warum hast du mehr als sie in den kleinen Stats, Alter? Das ist Diskriminierung, Alter. Verlaut das. China steht auf dem Bier her. Ja, die haben die Bottlen aufgegeben. Alles ähnlich. Ja, China ist wohl auch der 80-ste gute Frau. Double Kill. Alter, der Philipp hat auch noch 6 kills. Schau, wie Philipp den Willkommen im 6-Kill-Zug. Er hat mehr Gold als ich, Alter. Er hat 700, er hat 20. Hey, Alter, das ist Diskriminierung. Warum bin ich weniger wert? Was? Viel Dauer-Difels ist unser Motto eigentlich. Ja, was? Was? Nicht? Ja. Ja, mit, der kann man doch mal gern viele Gänge nehmen. Versteht. Oh, Mann. Drake, 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 Drake. Checkst also, Top-Land ist der Jungle. Weg, Versteht. Weg, Versteht. Franzi, wir brauchen eine Tracke. Schon wenn das auch gleich sein scheint. Ja. Da sucht nicht genau der Jungle. WTF?! Deswegen sage ich ja, der Jungle sollte für Smite da sein. Den haben wir jetzt sehr geschenkt. Wir haben verloren. Wie ich sehe, es fängt eigentlich mit einem Sturm. Ja. Macht null damage eigentlich. 100 luck. Ey, bitte schaut ein bisserl auf Top- Ich bin so ... Schau. Mach er, warum challenge er da um mich? Guck, wie schöne Schatter an den Hosten das geben. 2. Mmh. Fladimir. Lecker, lecker! Ja, da fladimir, da oder. Genau wenn ich das dann auch machst, macht ihr seit Ding und das machen, dann nicht schütten. Ich zähle dich ab. So geil. Ah, nimm den Speience! Arrenz, lass uns mal! Den nehm man! Den nehm man! Ich dachte dir was wird, den nehm man! Hey, den nehm man, das hört ihn mal auf. Ich bin der, was ich sagen, wir sind drin! Tschüss zu Nektan! Dive nicht! Dive nicht! Keinen Dive! Keinen S.O.B. Keinen S.O.B. Ist der Daumen noch irgendwo angegangen? Wahrscheinlich. Jungs, ihr wisst, wie das viel funktioniert. Immer nur Sneaky, 2 Kills und dann auf einmal... Das ist für Damage! Fahnen von 100... Oh mein Gott, Alter! Du musst mich rot machen. Tobi, bin groß. Überdauert ein, wenn einer kommt! Ja, ich komm doch nicht, kommen wir mit den drei Leitern! Nein, nein, ganz weg, weg, weg! Das sind alle gegen, aber auch von dir! Hey, du flasht doch noch an! Ja, du nebst noch! Ja, siehle noch! Ich will nicht eingehen! Uti! Da kommt Jax! Ja, du isch! Hey, die Gegner sind aber auch... Da rennen wir alle nach! Ich habe S.O.B. und Janne extra ab, cool, oder? Klasse! Hey, dann gebe ich immer Shutdown! Oder gibt es alle Shutdowns? Warum nicht der Nachbar soll er das nicht gehen? Nein, kommt nicht Uti gleich! Nein, das ist noch keine Uti! Keine Vorteile! Oh mein Gott! Siehst du, da ist ein Smite draufgekommen für so einen Reinektor, verstehst du nicht? Damit er jetzt einfach so gut wie er stirbt! Damit er jetzt einfach so gut wie er stirbt! Da kommt einer, also... Seier müssen wir eingehen! Das ist nicht zu viel, das ist nicht zu viel! Du bist auch einfach Seier! Nein, viel ist es noch nicht, aber sie ist wieder zurück! Fies! Nein, jetzt alle! Geht's? Nein, es sind alle! Geht's? 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 Jetzt kommt wieder der Jannah, Alter. Ey Jungs, ich geh jetzt einkaufen und ihr tut's overstayen, ok? Jetzt schon Dragon Soul. Achso, die Jannah hat uns halt einfach... Die Jannah hat uns auch blöd. Die Jannah ist ein Smurf, glaube ich. Eine, eine. Zaya? Nein, mach den Trick. Fertig, oder? Fertig. Du bist smart. Englisch, aber ich bin doch nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es da, Jungs. Hier ist doch der Mieter für mich im nächsten Schritt. Die Jannah hat schon wieder... Wir sind aufgehend! Alles klar. Da geht jeder. Bob, ihr wollt wie ein Smurfen, Alter. Das war ein Game 5 gegen 5. Jedes Mal erfüllen, Alter. Jedes Mal. Oh, Philipp, Serious Update! Ich bin auch Serious. Hey Bobo, ich auch noch den kennen, weil der hat die gute Ulti unter Dauer gemacht. Oh, Philipp! Wo ist der Damage? Wo ist der Damage? Wo ist der Damage? Das ist irgendwie... Ey, Jungs! 92! Wie haben wir jetzt in die Reiner, Jungs? Der Silver! Guck, wo sind die Kills? Wo sind die Kills? Wo sind die Kills? Damit du dann Kills morgen kannst? Oder dann halt? Mhm. Na, 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 na. Ich weiß nicht. Ich suche in der Gegend, oder? Ich suche in der Gegend, oder? Er ist um den Down, er ist um den Down. In der Gegend, wo hat sich Pokemonig vor있 прив? Das ist, deinen B hat ein, wer hier nicht richtig depth gemacht. Gut! Ja. Echt! Das ist denn, was ich mit Ja? Ja, das ist. Ich glaube, das ist viel der Anteil. Du bist zu haben. Wir sind dann aufgerollt. Wir sind dann aufgerollt. Wir sind zurück in den Schweren und Wir sind ausgedrückt. Não, wir sind noch aufgerollt! Ihr habt das, was ich so gemacht? Das war's ganz gut, was ich jetzt noch. Das war's, das war's. Oh, da unten. Oh, da unten. Oh, das war's gut, ich weiß. So, ich hab's noch mal wieder. Ich hab's noch nicht mehr. also Nektan Bist du Nektan? Sneak die zwei Kiel zusammen auf dem Arm Wie gut dauert, Alter Ist der ja? Nein, noch ein Crick Ist der ja? Gute 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 Ja, noch was? Gute 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 Das war KarANA Gute 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 und du? Ja, warte.